Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrummbach, direkt neben Herzbruck im Nürnberger Land zum Newsletter 128. Auf Wunsch vieler Besucher bei den Werkstatttagen haben wir diesmal besonders ausführliche Videos veröffentlicht und zwar von dem Werkstattdinner mit Schwester Regina Werner und Maja Waser von Kloster Kitchen, von der Lesung mit Dennis Scheck und Eva Gritzmann und vom Kochworkshop mit Hubertus Tschirner. Nicht nur für die, die da waren, sondern auch für die, die gerne da gewesen wären. So ähnlich ist es auch mit dem Beitrag über das Treffen des 356er Porsche Clubs in Unterkrummbach, denn selbst als Autoskeptiker kann man sich für diese Kleinode deutscher Handwerkskunst begeistern. Und so konnte man bei der Führung durch die Werkstatt beim anschließenden Imbiss viele Gemeinsamkeiten entdecken. Für den Thalhofer-Preis zum Thema Nachhaltigkeit waren wir in der Endauswahl von fünf Innungsbetrieben aus Bayern. Wir nutzten den Anlass, um unsere aktuellen Nachhaltigkeitsüberlegungen für sie transparent zu machen, weshalb sie die ausführliche Bewerbung im Blog nachlesen können. Etwas konkreter als bei der Schreinerjury ging es bei der Stakeholder-Analyse als Pilotprojekt des Umweltministeriums um klar strukturierte Ansätze nachhaltiger Unternehmensführung, zu dem wir eingeladen wurden, um unsere Erfahrungen bei der Erstellung des Leitfadens einzubringen. Wir bewerben noch einmal die Sonderaktion für die Relax-Sessel von IORI, unser neues Sofa-Wing in der Ausstellung. Und wir freuen uns bei jedem Fototermin für den Kalender über die 360-Grad-Ansichten dieser Kugelkamera, die wir für Sie alle verlinkt haben. Wir laden Sie schon jetzt zum Tag der Küche am 24. September und zum langen Tag des Schreiners vom 4. bis zum 6. November ein. Und wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sommer. Schauen Sie vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis bald! 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 Untertitelung des ZDF, 2020